war muss es mein mantra und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge rett und klang hier auf meinem kanal ich bin der kewige und wir spielen die story ich weiß nicht mehr wo wir genau stehen geblieben sind okay wir waren auf dieser paradies insel wir müssen dem dude jetzt hier erst mal folgen ja und zwar hier nichts mehr deswegen gehen wir erst mal weiter uns an was jetzt passiert die schwächen von holofilmen nach komikvorlage reden wollte alle wichtigen blogger waren da ich stuart sergo obsidia von schmuth von schmuth war da wirklich ich liebe sie sie hast alles kein holofilm spiel oder online produkt das sie zum start nicht mit ihren kommentaren zersetzen hätte solche kritiken erfordern echtes talent ja so dankeschön ja so ist das wird neu installiert system wird neu gestartet fertig tessler schub warten set erkannt erfolgreiche ja so worauf wartest du schalte diese hydro ernte aus den nichts anhaben feuere die tesla raketen auf sie ab jawohl herr general und was wir ja klarkommen Äh, Rakete bei L2 das war die dinge kaputt schießen ein bisschen star wars weibs hier ja so kummer hier so easy wo ist die tanker das ist die rache für meinen ruinierten so ihr habt das resort gerettet und die planeten noch dazu ich nicht ja klang ist jetzt nicht so spannend vielleicht könnte man auch mal in den folgen über aktuelle themen reden weil ich schon merke dass ich nicht so viel rede und das ja gut so viel spannend also spannend ist die folgen dass man 8 bekommen für man klang damit solltest du an diese stationen rankommen dankeschön gut dann weiter ja aktuelle themen gibt es natürlich nur ein thema das ist natürlich der russland ukraine konflikt wo man sich wirklich fragen muss wie kann das heutzutage noch passieren aber ist geschehen und jetzt wissen wir irgendwie damit leben erst mal beziehungsweise übelsten abwarten was da noch weiter passieren wird wenn die nato eingreift haben wir wahrscheinlich einen einen weltkrieg das ist noch nicht geschehen ist stand da heute dann siebter märz und der krieg doch schon seit zwei wochen wobei ich mich auch immer frage wie kann das sein das russland in einem ersten tag fast alles eingenommen hat und da kann ich nur wieder hochfahren ach da unten das kann ich nicht machen das war das ding hier kaputt das ist schlimmer glibber dinge also auch anders eklig ja also zum thema krieg ich bin auf jeden fall auf keiner seite ja jetzt denken sich viele der böse putin ja der putin hat da macht da böse sachen will ich auch nicht abstreiten die gehen gar nicht aber ich bin mir ziemlich sicher dass die andere nation ukraine und die nato auch nicht ganz unschuldig sind an der situation was auch da immer im hintergrund passiert und ich bin einfach nur für frieden und gegen den krieg der seite gut der seite von niemanden machen wir mal kurz eben wie geht so den nächsten ring das ist mir jetzt jetzt muss ich mal kurz überlegen moment den deaktivieren äußeren nehmen und so machen ja ok gut rätsel gelöst aber wenn es zum krieg geht dann geht es eigentlich immer nur um russland gegen usa und wer geht es nicht nein ich kann hier hochklettern oder hätte ich da drauf springen müssen was habe ich jetzt hier getan bin ich jetzt hier richtig ne ich kann auch von hier ach ich muss das ding wieder aktivieren oder was aber jeder redet immer von frieden die einzelnen leute mal so fragt so zwischen und so 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 und dann ist so weit ist entschuldigung was haben sie gesagt ach du kacke ich kräfte er nur dinger er hat mich immer eine ghostwasser fischer so gar nicht wie die heißen aber denn noch nie für waffen und mit dem stock und links und rechts und weil er gar nicht mehr auf baum und heißt ich noch mal du auch noch mal ja lecker fahne und weiter geht's ja ah ok ich fahre ein auto anscheinend ja 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 scheiße muss ich kräftig ich verstehe so jetzt aber jetzt noch mal da oben hoch schön warte mal ich bin gar nicht runtergesprungen was für eine asi kacke ja weil ich noch sagen wollte russland ukraine ist halt immer im prinzip ist es immer russland gegen die usa in meinen augen stellen wir uns mal umgekehrt vor wenn die kanada in die kanada in die jetzt einfach mal der sowjetunion beitreten würde was wäre dann was wäre dann so was mit dem der könnte auch so irgendwie schwierig gerade oder der ist glaube ich richtig der ist vielleicht falsch der so wir haben eins zwei drei vier fünf dinge fünf und wir haben hier den einzelnen wir haben die doppelten ne könnten die machen einzelnen machen wir so und die machen wir so so die der muss auf den eigentlich oder der muss doch auf den die beiden sind gegenüber das heißt der muss irgendwie der einzelne musste auf den aber ja das in dem akt was wenn der den macht ist deaktiviert und der macht den vielleicht könnte das autohackprogramm etwas zeit sparen nein der macht den blockierte so blockiert er so blockiert er wenn ich den mache dann der wird genau so blockiert er ich verstehe es nicht wenn ich ehrlich bin der auf den wenn der auf den geht blockierte 2 wenn der auf den geht bitte kein doch dann blockierte den und er die meisten auto heck waren keine trofäne so scheiße aber ich würde so lösen ich mach den mal aus mach den mal aus nur den wenn ich auf dem bin blockiere ich drei stück ich auf dem bin blockiere ich ein ich auf dem bin blockiere ich drei nicht auf dem bin okay ich kein so okay ich kann bin ich auf dem block ist zwei wenn ich auf den okay ich drei so blockiere ich ein ich zwei so blockiere ich keinen das ist mir schon klar dieser strahl werden von anderen lesern blockiert das ist die einzige pro der nichts blockiert oder hast die einzige position wo der mit der nicht blockiert in unten rechts und oben links den unten oben links oben rechts die blockierte den unten rechts die begrüße den unten rechts unten und links oben links nur der hier wird nicht blockiert ich mache den oberen ja jetzt habe ich es ich bin aber auch also wirklich da war wahrscheinlich gar nicht so schwer und ich habe mich wieder doof angestellt haben wir uns eben das noch her holo karte so ich krieg mal hier nochmal diese fetten dinger kaputt diese metall da war fast diese explosions ding versteckt scheiße ja weiter so Ah! Auf jeden Fall können wir nur hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist und wir wieder einigermaßen in Frieden leben können. Was aber auch wiederum scheiße ist, ist diese Heuchelei. Palästina, da der Krieg, den juckt einfach niemanden. Klar, die Palästina sind ja auch nicht ganz unschuldig, die da wirklich nur Stress machen. Also natürlich nicht die Zivilisten, aber die die Waffen da, ja die Waffen, ja du wirst schon was ich meine. Die da auch Raketenangriffe starten und so. Klar, die sind auch nicht unschuldig, aber die werden halt die ganze Zeit da eingepfercht und... ...in die Ecke getrieben. Die können ja nichts machen, alles wird von Israel kontrolliert. ...ne, alle Grenzen und wenn die wollen, können die die aushungern lassen, ne. Die Welt ist schon scheiße. Wir schaffen uns selbst ab. So, weg mit euch, ihr Penner. Doch, weg mit euch. so das hätten wir hier gibt es keine geheimnisse oder so ne dann gehen wir weiter ja und corona ist jetzt natürlich vorbei das thema ne man kann jetzt demonstrieren mit 200.000 man auf dem platz und es geschieht einfach nichts beziehungsweise keine keine proteste von wegen so große dem wir müssen abstand halten mit nicht mehr so jetzt habe ich bekommen dann nicht wieder zurück wir fahren wir gehen auch mal zurück zurück so ich habe den taucheranzug und jetzt wo muss ich jetzt hin jetzt wieder zurück oder hat er mir ja was zu sagen jetzt ich habe den taucheranzug ich kann schlagen eigentlich verkaufen ja du hast gar nix du zack 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 da war halt auch ausgegeben sehr schön mister zur korn ist mein level weiter kriegen das ist wichtig mister zur korn den jägerwerfer haben ja ja mister zur korn was soll ich denn jetzt machen hier ziel ist was mein ziel finde einen weg zum oberen ende des wasserfalls oberen ende des wasserfalls völlig los gerade oder da ist das obere da oben hin oder was bis der wat wir machen jetzt hier folgen stopp danke sehr gut wir machen folgen pause vielen dank fürs zuschauen ja immer versucht ein paar andere themen jetzt hier einzubringen haben es vielleicht nicht ganz so ja ruhig ist ich versuche das zu übeln und jeden tag besser zu werden natürlich um euch besser abteilen zu können und danke ich viel mal fürs zuschauen like und abo nicht vergessen wisst ihr bescheid und wir sehen uns beim nächsten mal